das ist der ausblick aus meinem fenster neben meinem bett das hier unten ist der kleine mini garten also eher innenhof eigentlich der zu unserem hostel gehört das hier gehört auch alles zum hostel ist also ziemlich groß auch wenn es auf den ersten blick gar nicht so wirkt das ist mein schlafzimmer unser schlafzimmer chaotisch wie sich das gehört sind gerade alle beim frühstück ich bin schon fertig da ist die rezeption hier ist ein so ein aufenthaltsraum das ist die nacht wo er die couch wo ich die zwei stunden schlaf der ersten nacht verbracht habe und ja den blick von der dachterrasse habe ich ja schon in einem anderen video festgehalten dies noch eine etage drüber ist leider schon mein vorletzter tag hier